Im Autohaus Daxl gibt es seit kurzem etwas Neues, die Automarke KIA. Ja, wir haben uns entschlossen die Marke KIA in unser Verkaufsprogramm aufzunehmen, um unseren Kunden ein breiteres Produktsortiment anbieten zu können, besonders da, wo wir mit der Marke HONDA derzeit nicht vertreten waren, wie zum Beispiel im Bereich Nutzfahrzeuge, großen Geländewagen mit Dieselmotoren, Kleinwagen unter 10.000 Euro und dergleichen. Wo hat das Unternehmen KIA seinen Ursprung? Das Unternehmen KIA blickt auf eine 60-jährige traditionelle Geschichte im Fahrzeugbau zurück und gehört mit seinen Schwestern- und Tochterfirmen zu dem größten Konzern Südkoreas. Was zeichnet eigentlich die Marke KIA aus? Es gibt eigentlich drei Dinge, die die Marke KIA besonders auszeichnen. Unter anderem zum ersten Mal die Fahrzeugqualität. Es gibt sonst keinen Hersteller weltweit, welcher bis zu fünf Jahren Vollgarantie für Fahrzeuge bietet ohne Kilometerbegrenzung oder bei den kleineren Fahrzeugbauern drei Jahre ohne Kilometerbegrenzung. Des Weiteren das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis und die Produktvielfalt, die sich in 14 Produktreihen, die wir den Kunden anbieten können, niederschlägt. Wo liegen die Schwerpunkte in der Produktpalette von KIA? Die Produktpalette war für uns auch der ausschlaggebende Grund, uns für die Marke KIA zu entscheiden, da die Schwerpunkte da in Bereichen liegen, welche wir durch unsere angestammten Marke, nämlich Honda, nicht abdecken konnten. Die Schwerpunkte der Marke KIA liegen in unserem Haus in erster Linie auf dem Sorento, dem großen Geländewagen mit großvolumigem Dieselmotor, der sehr gut ankommt und eigentlich auch die Marke KIA in Österreich bekannt gemacht hat. Des Weiteren im Bereich Großraumlimousinen mit dem Karneval, welcher vorsteuerabzugsberechtigt ist und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die gesamte Palette bietet. Des Weiteren sind für uns sehr wichtig die Nutzfahrzeuge und natürlich die normalen PKW-Sparten, wo für jedermann etwas dabei ist und alles auch mit herausragenden Common Rail Dieselmotoren zu einem unschlagbaren Preis angeboten wird. Wo vertreibt das Autohaus Daxl die Marke KIA? Die Marke KIA vertreiben wir genauso wie auch die Marke Honda im gesamten Innen- und Haushochviertel. Unser Verkaufsgebiet reicht von Krems-Münster über Everding bis zur deutschen Grenze zu Minden. Das Autohaus Daxl ist nun für Sie um eine Marke stärker. Das gesamte Team freut sich auf Ihren Besuch.